Ihr Lieben, schön, dass ihr reinschaut. Vielen Dank. Wir haben Top 200 Squad Battle Rewards. Vom Ehrenmann Nikosi. Der ist so verrückt und hat sich die Woche hingesetzt und 40 Spiele des Coordellers gemacht. Und hat's geschafft. What If Event ist immer noch. Wir gehen jetzt rein. Top 200 Squad Battle Rewards. 119 auf der Welt. Respekt, Respekt. Platz 119 in Squad Battle. Ein selten Spielerback, 2 Megapacks, 65.000 Münzen. Zeitmanagement gegen Belohnungsmanagement ist nicht gut. Die Stahl-Dragons beginnen mit Megapack. Das wird schon mal nichts. Da füge ich mal alles in Beine hinzu, ne? Megapack Nr. Dos. Auch Nichts-Info. England, Level 76. Nutsch. Oder Inhandsch. Aber die sind derzeit was wert. Traff-Token und Monty. Duplikat. Ich weiss. Seltene Mega-50 Kfack. Wer hat die Kür. Top 200 Squad Battles. Let's go. Kein Walkout. Ein Niklas Süle ist die Belohnung für über 40 Spiele Squad Battles in dieser Woche. Entscheide dir, ob das die gerechte Belohnung ist für diesen Effort. Niklasi, ich leide mit dir, mein Bruder. Trotzdem GG für die tolle Leistung. Und gleich sehen wir uns im nächsten Video. In dem Sinne, spurt frei und ciao, ciao.